Moin Leute, mein Aufstelldach ist gekommen das kam mit Dachausschnitt von dem Spenderfahrzeug ich konnte das super anzeichnen ich habe das schon angezeichnet, abgeklebt ich habe mir meine elektrische Metallschere angeschafft nur für diesen komischen Dachausschnitt schon angezeichnet, muss ich ein bisschen größer schneiden leider keine andere, weil ich habe keines in meiner Größe gefunden naja, gucken wir mal wie das jetzt ausschneiden und ihr könnt zugucken, wenn ihr wollt jetzt habe ich den Teil noch nie gearbeitet dann werden wir mal gucken, ob es klappt da habe ich die Runde hinbekommen dann wieder gehen wir mal gucken, ob es klappt und dann wieder auf der Dachante auf der Dachante kann man nicht mehr aber auch in der Dachante wie ich glaube, mit dem Dachante ich werde das hier das hier in der Dachante verausite Das ist scheiße. Scheiße. schön ist das nicht schön Wie sollen wir mit dem Scheißzeichen einen Rund umschneiden? Ja, Kacke. Natürlich haben sie Stichsäge schöner gewesen. Auf jeden Fall. So ein Fehler dann. Gut. Machen wir jetzt eine Pause, bis der Stichsäge weitergeht. Und dann das Dach einbauen. Mehr oder weniger sind alles noch fast gerade geblieben. Bis später. Ein paar Ossen später. Schiebe, da ist drin. Habe ich gestern noch mit der Pfeile, wie man da sieht. Die Hecken rund gefeilt. Weil ich wollte jetzt nicht auf Siegeblätter warten, die ich hätte bestellen müssen. Bis dann. Ciao! Und dann bis denn auf die Trenung. Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020